Rostocks Oberbürgermeister Roland Medling ist 60 geworden. Am Samstag feierte er mit seiner Familie in seinen Ehrentag rein und heute lud er zum Empfang in das Hausbaumhaus ein. Wie es sich für die Geburtstagsfeier des Oberbürgermeisters der Hansestadt gehört, tummelte sich im Laufe des Nachmittags alles, was in Rostock dran und Namen hat, im Haus der Architekten. Unzählige Geschenke wurden Medling, der bereits seit neun Jahren im Amt ist, überreicht. Neben Trikots, Wein, Bier, Pflanzen und Bildern auch eine ganze Menge Lakritz. Das schönste Geschenk sei für ihn aber seine Frau Annegret.